ISIS ist der Name einer ägyptischen Göttin mit guter Gesundheit, einer Pharmafirma in Kalifornien und die Abkürzung der Organisation Islamischer Staat im Irak und in Syrien, die sich zu den Terroranschlägen am 13. November in Paris bekannte. Jetzt will die Pharmafirma nach Medienberichten ihren Namen ändern. Er weckt so viele negative Assoziationen, sagte ein Manager. Und das wird nicht besser mit der Zeit. ISIS stellt Medikamente gegen Krebs, Herzerkrankungen und neurologische Erkrankungen wie ALS her. Die Aktien waren am Montag gegen den Trend um 4% gefallen. Der neue Name wird noch gesucht.